Wenn ich irgendwas wissen will über Nachrichten oder so, ich höre einfach sehr viel Radio. Also ich informiere mich bei seriösen Nachrichtensendern, zum Beispiel Öffentlich-Rechtlichen. Ich frage öfters bei meiner Familie auch nach darüber und ja, wenn manchmal gucken wir dann Nachrichten darüber, da erzählen die das, aber aus dem Internet mache ich sowas eigentlich nicht. Also die Ansätze bekomme ich eigentlich immer über soziale Netzwerke, also so die großen Überschriften, sage ich mal. Und wenn dann ein Thema dabei ist, wofür ich mich irgendwie besonders interessiere oder so, dann gucke ich halt, google ich das halt und gucke mir halt an, was dazu steht oder frage auch meine Eltern. Zuerst mal benutze ich Social Media dafür eher weniger, weil einfach dort manchmal, ich kann mir da nicht so sicher sein, ob es jetzt wirklich wahr ist oder ob es jetzt einfach nur so dahergesagt ist. AGAIN . . Untertitelung des ZDF, 2020